Hallo! Hallo! Ähm, ja. Da bin ich wieder! Wir wollten nach Hause gehen und das Inventar ausleeren. Ey, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier entlang gegangen bin. Ich weiß nur, dass ich sehr viel Zeugs hier hab. Ach, das ist Quantum. Nee. So, erstmal nach Hause. Nur schade, dass ich keinen XP Drain hab. Da ich wieder 20 Level hab. Es gibt so viel Zeug hier noch zu mitnehmen. Ah, mein Schwert. Bevor mir halt irgendwas da in die Nähe kommt, so, hey, will mich töten. Hm. Hm. Ich frag mich ab, wann das grad zieht. Nachrichten Steam. Ahem. Ja, ja, so ist das. So. Na, mach mal die Wien denn auch mal weiter. Oh cool, es ist Tag. Ich hab echt nicht gedacht, dass es Tag ist. Wahrscheinlich, weil die ganze Zeit unter der Erde war. So, echt. Da haben wir sogar noch was zu essen. Super. Ah. Ah. Nicht der ganze Nacht, denke. Geht das hier nicht. Das geht nicht. Oh. So, gestern hab ich irgendwo geklickt. Da kommt mal einstellen, so, ob man da nur die Mops reinkommen dürfen. Oder wer da reinkommen darf. Er hat mir so, hey, cool, das könnte ich doch jetzt auch machen. Funktioniert nicht. Hä? Ich hab keinen Extraktor. Ah. Muss ich einen bauen? Ich wusste gar nicht, dass ich gar keinen Extraktor hab. Ich hab die Sachen zu bröseln. Noch mal mehr essen. So. Dann müssen wir uns doch gleich einen Baum essen. Erstmal essen hier. So, selber essen. Ich hab Hunger. Aber yeah. Ist noch nicht Zeit zu essen. Gibt's noch nix für mich. Ich hab mich. Ähm. Hier. Das da. Das hier. Das hier. Da hab ich Uran drin. Ja, da Uran. Da hab ich keine Diamanten. Die Diamanten. Warum mein Tod? Ich. Vorerst. Mit seiner Notsituation. So. Und das hier. Ja. Das da auch. Ich wollt grad sagen. Wieso hab ich da so viel Getreide bei mir? Ach ja. Da war ja das. Jetzt mal hier noch das da rein. Hatte ich nicht irgendwo... Das... Die hier? Ach der da. Ach der! There it is! There it is! I see! Hey! So. Und... So viel Zeug. Wahnsinn. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder, was ich tun wollte, als ich hier angefangen hab. Aber... Aber... Na ja. Ich glaub das macht er vielleicht mal anders. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Als erstes mache ich jetzt erstmal hier so... Mehr Kühe. Da. Liebe. Liebe! So. Hier. Okay. Du Außenseiter. Du kriegst Aufreden. Nochmal. Gibt's ja keine Kuh mehr. Doch. Oh cool! Jetzt kannst du sogar Kühe... Die ich noch nicht erwischt hab. Ah sorry. Kann ich mich immer mal vergessen hier. So. Dann packt man auch das Eisen wollte ich grad sagen. Ja. Mh... Eisen würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Ich würd's persönlich Weizen nennen. Aber... So. Auch mal zur Seite. Wir brauchen neue Päck-Exte. Ich glaub das ist was wir brauchen. Dann nehmen wir mal. Da können wir doch Eisen dazu nehmen. Haben wir jetzt schon ein bisschen Eisen. Dann machen wir mal... Drei... Stöckchen. Ja. Wieso guck ich auch da rein? Zwei... Super. Wobei eigentlich... Ne. Lass mal so. Ach nee. Lass mal mal so. So. Eins... Eins... Zwei... Drei... Drei... Einen Essen haben wir auch da. Dann gehen wir mal wieder rein. Dann gehen wir mal wieder rein! Warte mal. Hier. Was war hier? Das da ist fertig. Tun wir wieder mehr Zuckerrohr rein. Dann kann das hier fertig werden. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch mehr brauche davon. So großartig. Ach ja doch! Doch doch! Das kann man schon haben. Zuckerrohr. Zucker? Super! Ah. Gelocken Shit. Was ich mir grad dachte so... Hey! Toggle down! Ach ja ne, warte. Ich bin ja grad nicht im Creative. Ich spiele ja noch auf einem anderen Server. Ich habe ja schließlich auch eine gleiche mit Wurzangrufe. Und dann spiele ich gerade auf Creative und baue da ein bisschen. Dann baue ich mir eine Villa. Und dann mache ich das natürlich immer weg. Und, yeah. Ach ja, ich glaube ich habe hier ja sogar Atmen auch. Eigentlich soll ich mir das wegnehmen, dass ich in Versuchung komme und dann so... Ach. Regen? Ah. Niemand braucht Regen. Das nervig. So. Ah. Ich freu mich schon. Jetzt kommt auch bald der spannende Teil. Da ist Duck. Jetzt bauen wir dann gleich mehr Solaranlage mit mir. Ah. Ich freu mich schon. Beton ich darauf gleich. So. Jetzt nehmen wir erstmal hier. Jede Menge Eisen mit. Shitload of Iron. So. Ich. Super. So. Oh. 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 Zinn. Nee, warte. Es ist noch total... Es ist noch morgen. Ja. Okay, klar. Ich bin schon wach seit um... Offiziell seit um 5.55 Uhr. Ich war allerdings schon mal... Ja, okay. Ich habe eh Schlafstörungen. Ich war schon mal früher wach. So. Ich bin um 12 Uhr ins Bett gegangen. Und dann so. Hey. Bzw. ich bin früher schon ins Bett gegangen. Aber so. Gegen 12 Uhr. Habe ich zuletzt auf die Uhr geschaut. Dann bin ich wieder aufgewacht. Um 2 Uhr. Wegen Wetter. Geblitzt. Und gedonnert. Und geregnet. Und weiß der Geier nicht alles. So. Super. So. Erstmal die Fenster zugemacht. So. So. Sau müde. Und dann um 5 Uhr aufgestanden. Da. Ich. Da. Jemanden. Aufgeweckt habe. Da ich ja eine nette Person bin. Allerdings habe ich Spaß halber zu jemandem gesagt. So. Und dann habe ich gestern angeschrieben. Meinte ich so. Ja. Hey. Dann bin ich so. Hey. Dann meinte er. Dann meinte ich so. Ich gehe jetzt ins Bett. Dann meinte ich so. Oh. Okay. Ich habe so gemeint. Dann so. Hey. Wir könnten ja morgen mal was spielen. Oh. Cool. Da ist ein Bienenstock. Dann habe ich gesagt. Ja. Dann habe ich gesagt. Ich muss ja auch morgen jemanden aufwecken. Dann könnte. Dann meinte er so. Ja. Dann können wir ja um 6 Uhr dann gleich spielen. Dann habe ich so. Ja. Okay. Deswegen haben wir dann wieder gestern auf 5.55 Uhr. Allerdings war es halt dann so. Dass ich halt dann wach war. Und er halt nicht. Und schläft wahrscheinlich immer noch. Na ja. Hab eh nicht damit gerechnet, dass er umkommt. Beziehungsweise. Dass er mit mir spielen will. Ansonsten wäre es schon cool gewesen. Mehr Quantum. Eisen. Mehr Eisen. Upsa. So. Und die da raus hier. Ich. Was wollte ich denn noch sagen? Ja genau. Was meint ihr eigentlich zu meinem Intro? Ist das langweilig? Ist das nervig? Ja. Wenn ja. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich kann das auch weglassen. Weil irgendwie. Na ja. Eine Idee für ein besseres Intro habe ich nicht. Oder zumindest die Fähigkeiten ein besseres Intro zu machen. Habe ich im Moment noch nicht wirklich. Und von daher. Könnte ich es auch weglassen. Da mir von einer Person gesagt wurde. Hey. Das ist ein bisschen nervig. Ich hab's damals schon reduziert. Weil da hat auch jemand so gemacht so. Hey. Das dauert ewig. Das heißt um die Hälfte reduziert. Und dann kam letztens das Kommentar so. Hey. Das ist nervig. Ich mag keine Intros. Deswegen wollte ich mal wissen was ihr so denkt. Wenn's irgendjemand anschaut das Video. Haha. Optimistisch. Bis zum geht nicht mehr. So. Wie gesagt. Ich würde es interessant finden. Ich könnte das natürlich nämlich auch ändern. Ist ja nicht so. Also ich hier nichts ändern könnte. Ich dachte mir nur. Es wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Wenn ich es einfach nur so hochlade. Da ich ja großartig nichts bearbeite. In meinem Video. Da wollte ich mir die Mühe machen. Um wenigstens beim Intro dran klatschen. Ja. Da ich nicht so begabt bin. Und ein Intro machen kann. Was jetzt irgendwie so professionell ausschaut. Da hab ich halt alles gemacht. Was ich halt die Fähigkeiten dazu habe. So. Man kann ja nicht alles können. An und für sich bin ich gut im reden. Ich weiß nicht ob man das hier merkt in den Videos. Ja. Aber ich geb mein Bestes. Ich geb mein Bestes. Nicht zu viel zu reden. Aber manchmal rede ich echt sehr sehr viel. Wurde mir gesagt. Weiß ich auch selber. Besonders wenn ich gelangweilt bin. Deswegen sagt mir auch so. Hey. Einer der Gründe warum ich hier anfangen könnte mit Let's Plays ist. Da ich immer eigentlich was habe zum reden. Von daher könnte ich jetzt andere Leute unterhalten. So. Ich freue mich das hier echt viel Eisen ist. Und ich denk mir die ganze Zeit so. Ah. Ich würde auch gern Life in the Woods spielen. Aber ich weiß nicht wie das jetzt ankommen würde. Wenn ich jetzt sag so. Hey. Ich lad jetzt einfach mal knallhart noch Videos hoch von Life in the Woods spiel ich noch nebenbei. Weil. Und für sich können nichts tun. Das bin ich. Ja. Von daher. Hey. Guck. Ich hab hier mein ganzes. Wie ich so dran denke. So gronk. Ja. Ach. Er macht das so. Er sortiert sein Inventar. Dass er dann mehr oder weniger sein ganzes Zeug da hat wo was haben möchte. Und ich bin hier die ganze Zeit immer so rum scrollen. So. Hey. Was ist mein Pickaxe? Da ist es. Da ist mein Pickaxe. So. Super. Oh. Wir nehmen Redstone mit. Weil wir Redstone auch immer brauchen. Super. Wieso ist es hier schwarz? Ist das ein Birdberg? Oh. Oh. Ähm. Wieso ist es hier schwarz? Irgendwas sagt mir das ist hier ein Birdberg. Mal kurz gucken. Ja. Meins. Mein Server. Es schaut doch schon viel besser aus hier. Super. Von wo bin ich gekommen und da wollte ich gehen glaube ich. Ich bin mir grad nicht ganz sicher. Na das. Okay. Da lang wollte ich nicht gehen. Das werden wir gleich sehen. Ja. Da lang wollte ich nicht gehen. Ich kann es natürlich auch so machen so wie gronk. Und dann so. Hey. Ich platziere die Fackeln alle auf der linken oder auf der rechten Seite und gehe dann immer nur da entlang wo halt die sind. Mache ich das eigentlich? Das habe ich da sogar auch gemacht. Halbwegs im Unterbewusstsein. War ja zu unfähig das zu checken. Und ja. Mich da noch zu halten. So. Ich hier. Machen wir das hier weg. Also so dann wieder automatisch rein jetzt momentan. Ich weiß nicht was ich mit Kontum tun soll. Deswegen nehme ich es gleich jetzt mit. Aber Kohle kann man immer brauchen. Besonders für Solaranlagen. Wir wissen ja alle. Ich mag Solaranlagen. Ich habe so viele Ideen. Ich habe so viele Ideen was ich hier tun möchte. So. Es gibt überhaupt so viele Sachen die ich tun möchte. Es ist meistens so. Hey ich möchte das machen. Ich möchte das machen. Und dann so. Hey. Und irgendwie. Weiß ich da nicht wo ich anfangen soll. Und das ist alles zu viel. Und dann mache ich da doch gar nichts. Ja. Ich weiß nicht wem es auch so geht. Aber naja. Was bin ich? Oh. 25 Level. 25. Wenn ich so dran denke. 25 Level. 25. Ah ja. So alt bin ich übrigens im Moment. Ein Viertel Jahrhundert. Ein Viertel Jahrhundert. Juhu. Eier. So. Super. Schauen wir mal. Hier noch. Mehr Kohle. 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 Super. Eier. 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 Eier ist schon mal kaputt von meinem Drei. Oder besser gesagt. Oder. Was heißt oder? Was? Es hat jetzt automatisch die genommen. Die will ich nicht. Das ist die gute Pickaxe. So. Irgendwas sagt mir nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich so. Irgendwas sagt mir. Ich wollte gerade sagen. Dass ich da irgendwann gleich in Lava falle. Dass da Lava unter mir ist. Dann falle ich da runter. Mein Gott. Ich dachte da ist Lava. Hallo? So. Geht doch. Zu unfähig für alles. Wahnsinn. Also. Ich dachte ich hätte schon wieder die besser als Pickaxe. Nein. So. Super. Uran. Ich wünschte ich könnte mehr Uran rauskriegen als ein Ohr. Aber das funktioniert hier leider nicht. Das funktioniert in einer anderen Version. Aber nicht beendetisch. Soweit ich weiß. Das funktioniert gleich bei Infinity. Bin mir nicht ganz sicher. Ob das Infinity war. Oder ob das äh. Direwolf war. Aber ich glaube das war Infinity. So ziemlich. Das war dann so ziemlich die letzte Version die ich gespielt habe. Was. Wenn ich dann denke. Life in the Woods habe ich noch gar nicht so gespielt. Also. Ich habe es angefangen im Hungry Mode. Danach war ich sehr hungry. Und hatte nichts zu essen. Und ja. Wollte eigentlich bauen. Und naja. Da habe ich gesagt. Ach ja. Komm. Scheiß drauf. Freundin wollte spielen im Creative. Da habe ich gesagt. Ja. Dann spiel du im Creative. Dann spiel ich dann auch im Creative. Allerdings. Mein Gott. Lava. Allerdings. Oh mein Gott. Lava. Ja. Ne. Allerdings. Das sah gerade irgendwie aus. Was wäre da irgendwie mal. So. Äh. Was wollte ich jetzt sagen? Äh. Allerdings. Ja. Ne. Ein Faden verloren. Super. Wie schön gemacht. Toll gemacht. Ganz toll. Ja. Aber wie gesagt. Wie gesagt. Ich spiel halt. Wollte im Creative spielen. Um ein bisschen zu bauen. Ich wollte. Auch bauen. Weil Bauern cool ist. Es war auch relativ lustig. Da hab ich so gesagt. Hey. Okay. Ich fang auch an zu bauen. Ich hab keine Ahnung. Was ich bauen möchte. Hab dann einfach mal losgebaut. Hab mir so als Vorlage. So die Villa genommen. Von Assistant's Creed. Hab mir so. Ja. So ähnlich. Machen wir das. Haben wir damit angefangen. Wollte ich eigentlich gar nicht so groß bauen. Sie hat so angefangen. So ein riesengroßes Schloss zu bauen. Ja. Dann wurde das dann viel viel größer. Als das eigentlich geplant war. Sehr viel größer. Irgendwie war das so halbwegs groß. Dann so. Hm. Können wir jetzt ein Dach drauf machen. Und so. Ach. Irgendwie schaut das nach gar nichts aus. Das war jetzt noch ein bisschen größer gemacht. Und jetzt ist das so ein riesen Teil. Wenn ich im Moment dabei das einzurichten. Wenn das jemand sehen möchte. Wenn es fertig ist. Könnte ich das auch mal herzeigen. Ja. Könnte ich ein Video machen. Dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. So. Haben wir hier auch irgendwo. Ja. Da war doch gerade noch irgendwo. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. So. Auf jeden Fall haben wir hier Kohle. Kohle. Und wir nehmen die Kohle mit. Upsa. Ich. So. Jetzt juckt halt auch noch meine Nase. Super. So. Ich hab ja schon wieder Fledermäus hier. Ich mag Fledermäuse. So. So. Ich glaub das ist die richtige Seite. Hä? So. 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 Ich hab vergessen. Ich hab vergessen. Ich hab vergessen. Dass man. Äh. Hier. So. Ups. Warum? Ähm. Egal. Egal. Nein. Ich hab vergessen. Lassen wir es dabei. So. Welche Höhe sind wir dann? 20? Oh. Die Liedrohr. Nimm mal das mal mit. Krass wie schnell ich mich ablenke in diesem Moment. Das liegt doch wahrscheinlich daran, dass es noch früh ist. In dem Hintergrund hab ich ein Auto gehört und ich frage mich wo das hinfährt. Ja. Multitasking. Multitasking ich? Nein. Gar nicht. So. Ich. Achso. Da waren wir ja auch letztens schon. Da bin ich so. Hey. Cool. Diamanten. Und dann so. Hey. Cool. Vielleicht auch doch nicht. Mein Gott. Ah. Ich dachte das wäre ein Creeper. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum so hell er geht das Wasser jetzt da rein? Versteh ich nicht ganz. Oh Gott Alter. Ich dachte ernsthaft das ist ein Creeper. So. Hier. Was sollte da irgendwo noch Lava sein? Ist grad keiner mehr. Hm. Äh. Äh. Ups. Bitte keine Fragen stellen. Ja. Das war äh. Knapp. Geht das jetzt weg? Geht das jetzt ganz weg? Nein. Ein bisschen Licht. Äh. Ja. Das hat niemand gesehen. Ja. Niemand. Hab ich eigentlich Rüstung an? Nein. Professionell. Das ist so. Ich piss mich hier weg. Ich bin hier so in der Mine. Minen. Kaum geht hier so mit ner Rüstung in die Mine. Und ich geh hier so. Ohne Rüstung in die Mine. Ja. Äh. Ja. Äh. Ne? nebenbei die Minimap angucken. Er hat ja schließlich keine Minimap. Ich schau zwar auch nicht so oft drauf, aber hey. Okay. Das ist grad jetzt echt so genial so. Hä? Oh. Ich hab ja gar keine. Ich möcht das auch mitnehmen. So. Das ist so genial. Manchmal. Ich bin schon ein bisschen awesome hier ja. Nur ein bisschen. Ein großes bisschen. Ein Schmarrn. So. Mir schläft hier grad meine Hand ein. Was soll das? Hier ist viel Eisen. Das gefällt mir. Ne, aber ernsthaft. Meine Hand. Beziehungsweise mein Arm. Den gefällt's hier grad nicht. Ich hab das bisschen eingeengt. Das hier so wegräumen. Einfach mal so ignorieren. Ja. Hier so voll professionell. Unnötige Sachen machen. So. Super. Mehr Eisen. Hm. Irgendwie ist der Hintergrund auch leise von Minecraft. So. Das da noch mit. Ist da noch mehr von dem Zeug? Ne. Jetzt hab ich das doch tatsächlich schon mitgenommen was ich mitnehmen wollte. Super. Das hab ich schön gemerkt. Bin ich stolz auf mich. Hier noch irgendwo was interessantes. Was ist das? Wir hätten da eh irgendwann mal total viel Zeug genommen. Huch. Da war ein Creeper. Und da hat's mich dann doch umgehauen. Naja. Passiert. Gehen wir mal wieder los. Tsch. War das wieder Lava? Nein. Das war ein Creeper. Naja. Nun gut. Wir haben keine Rüstung. Aber ich mach mir auch keine Rüstung. Ich frag mich. Erst hab wo der jetzt her kam. Ich kann mir keine Rüstung leisten. Ich hoffen, dass ich nicht gleich wieder stirbe. So. Und dann denkt man sich so, hey man ist voll. Ach man kann noch ein bisschen was mitnehmen. Und genau in dem Moment haut's einem um. Da fällt man. Naja. Ja. Hier ist so schön. Nur die Besten sterben. Junge. Ahahaha. Nein. Jetzt hab ich keine 25 Level mehr. Egal. Mein Zeug holen. Wieder aufräumen. Dann schauen wir hier mal weiter. Ziehen. Oh. Hat man eigentlich die Vögel im Hintergrund? Muss grad daran denken. Da ich gerade die Fledermaus geholt hab. Und dann auch noch hier der Sog. Wo war ich denn? Ach. Ich nehme an, hier war ich. noch ganz schön verteilt hier mein Zeug. Noch ganz schön verteilt hier mein Zeug. Oh. Oh. Wollte ich denn nicht letztes mal die Füßchen mitnehmen? Wollte ich denn nicht letztes mal die Füßchen mitnehmen? Oh. So. Oh cool. Die Sonnenbrille hat sogar Rüstung. Oh. Auch nicht schlecht. Ich zeige ihn dann ja runter. Nein. Der Todespunkt weg. Wie war das nochmal? Da war das. Todespunkt. Elite. Das Auge schaut so creepy aus. Hier hat so große Auge. Wippie. So. Haben wir das hier schon mal sauber gemacht. Zumindest so weit wie ich's wollte. Den ganzen Weg wollte ich ja hier frei machen. So. Ich hab mich angehauen. Jetzt tut mir mein Knie. Naja. Passiert. Mir ziemlich oft, ja. 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 Nun gut. Bin auch ich. So. Wollen wir ein bisschen schneller hier. Wir sind ja hier nicht bei Life in the Woods, wo wir hier Hunger haben. So. Zumindest sehr viel Hunger haben, ja. Wir sind ja hier nur bei Feed the Beast Unleashed. Unleashed. So. Boah. Hop. 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 So. Ne Geem. Geem. Ne Geem. Geem. Ne Geem. Geweidah. Ah. Trapen steigen. Das ist ja im Reelai schon so anstrengend. Jetzt im Game auch noch. Mensch, man. Hahaha. So. Oh, jetzt ist es nach. Und da leuchtet mir schon was nach. Ein Angry Zombie. Noch ein Angry Zombie. Eine Spinne. Angst. Das ist so... Schnell nach Hause. Doomed to death. Steht da? Doomed to fall by Creeper. Oh, Sinn. So. Haben wir hier das auch schon fertig? Da, gut. Tun wir hier ein bisschen da rein. Kannst ja gleich weitermachen. Das hier. Ich möchte... Naja. So. Super. Machen wir Eisen. Oh. Mehreisen. Wir könnten mal jetzt so Blöcke machen. Was ist hier da rein? Machen wir hier noch. Ach ja. Kohle könnte man hier auch mal rausmachen. Das ist so hey! Und da haben wir voll und das haben wir voll. Und... Manchmal. So. Machen wir hier die Kohle rein. Und da haben wir auch ganz schön viel Kohle gefunden. So. Glaub's ja. Das ist nicht. Dann nehmen wir Rettstorm mit. Wie wir jetzt gesagt haben. So. Machen wir uns Rettstormblöcke. Wir werden nämlich sowieso noch mehr Rettstorm kriegen hier. Upsa. Die 4. Was will ich denn mit 4? 4 will ich nix. Gar nix. So. Letzte Blöcke. Das packen wir wieder so rein. Auf jeden Fall haben wir dann schon bisschen mehr Platz. Super. Und sortieren. Sehr schön. Dann bauen wir noch die Füßchen wieder auf. So. Essen. Bevor wir mit in die nächste Folge starten. So. Und dann. Wollen wir hier nochmal. Wobei. Ach das können wir behalten. Das behalten wir so. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.